Und dann noch ein Teil von dem Ganzen sein, ohne irgendwo hervorzuheben. Ich bin nur ein Teil dieser Mannschaft. Jetzt hat der Trainer ja gesagt, Sie sehen nicht nur Ergebnisse, sondern eben auch Unhalte, wie Sie eben gesagt haben. Der Weg ist am Ende das Ziel. Wenn ich damit hingehe, dann nehmen wir uns. Na ja, so geht das halt, wenn man mit einem Dynamo-Kapitän zusammenreden will und der K-Block ruft, dann geht der K-Block halt vor für Stefan Kutsch.